Hallo, ich bin die Marlies Buchen. Wir sind viermal in der Woche auf dem Wochenmarkt. Mittwoch, Samstag, Überlingen, Donnerstag auch, Freitag, Gottmauldingen. Und wir vermarkteten unsere Freilandeier und unsere selber gemachten Nudeln. Dann haben wir Produkte von unseren Bruderhennen, die wir großziehen lassen. Wir haben Honig von einer jungen Imker bei uns im Dorf und Olivenöl von meiner Nachbarin, die sonst hier in Überlingen auf dem Markt neben mir war. Das sind eigentlich unsere Hauptprodukte und das vermarkten wir hauptsächlich. Hoflader haben wir keiner, aber wir haben bei uns auf dem Hof Eierhäusle, wo die Leute dann selber rausnehmen können und das Geld halt in der Kasse reinwertet. Und dann beliefern wir noch bei uns in der Region Edeka-Märkte und in Rewe und verschiedene Hofläden. Das ist so unser Ziel. Herzlichen Dank. Gerne. Herzlichen Dank.